So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute gibt es mein Need for Speed Rivals, man. Habe mir ausgeliehen, richtig geiles Game eigentlich. Habe ordentlich schon gezockt, habe schon fast alle Wagen. Und ja, jetzt zieht euch einfach mal den geilen Ferrari ein, 599 GTO. Und jetzt hört mal den Sound. Also ich würde sagen, der schreit schon ordentlich. Und ja, jetzt machen wir einfach gleich mal hier das Rennen. Hot Puss Jut. Hot Puss Jut. Keine Ahnung, wie mir den Kack ausspricht. Auf jeden Fall jetzt hier mal ein Rennen mit Bullen und halt Gegnern. So sollte ich gewinnen. Ich haue hier ordentlich Nitro raus. Spiel werde jetzt sehr schnell kapieren eigentlich. Weil, ja, ihr seht es hier über mir auf dem Bildschirm oben die Speed Points. 471 sind gerade am Start. Und ja, da sollte man halt welche sammeln und wenn man von der Bullen erwischt wird oder zerstört oder man kann es sich selber zerstört irgendwie, weil man die ganze Zeit crasht, gehen die halt verloren, die Speed Points und dann hast du verschissen. Weil wenn du 200.000 Speed Points hast zum Beispiel und dann auf einmal Crash oder die Bullen nicht haben, das ist richtig ärgerlich. Weil so ein Wagen kostet ja, kostet 200.000 Speed Points oder so, ein neuer und das ist dann richtig bitter, wenn man die ganze verliert. Habt ihr gesehen, jetzt bin ich gerade durch so eine Tankstelle durchgefahren, da repagiert man seine Autos, weil man da einfach nur durchfährt. Fuck, jetzt schiebe ich den auch noch an mit meiner Schockwelle. Oh, vorbei. Turbo. Go, go. Jawohl, da ist der erste. Den Grill, Leute. Nein. Oh. Ja, deine Verbindung zum aktuellen Spiel ist natürlich unterbrochen. Man kommt irgendwie immer in eine Online-Lobby, keine Ahnung warum. Von selber so. Und ja, dann hat man halt einfach mal verschissen. Ich hasse sowas. Wenn da Verbindung Host Migration ist, richtig bitter. Würde ich mal so sagen. Wisst ihr, jetzt geht's gleich wieder los. Ich werde dann einfach so mitten in das Game reinkaufen wieder. Und soll dann weiterfahren. Das ist eine Verarsche. Aber ja, mein, was soll's. Ihr hört schon im Hintergrund, Leute. Es geht eigentlich schon wieder los. Da schaut sich die Verarsche an. Und jetzt geht's wieder los. Hier, das ist eine Abkürzung. In der war ich schon mal. Das ist noch gar nicht so lang her. 2,7 Kilometer noch. Kacke, Mann. Ob das eine gute Idee war hier doch? Nein. 1,6 Kilometer nur noch und ich bin vierter. Komm schon, Mann. Zweiter. Das Ziel. Gut. Gewonnen, Leute. Gewonnen. Was heißt gewonnen? Ich bin zweiter, Mann. Machen wir hier mal Kopf an Kopf rennen. Das ist auch geil, wenn solche Autos dir begegnen. Mitten auf der Straße. Einfach L1 suchen. Mach's den Kopf an Kopf rennen. Nur gegen den. Das bockt richtig eigentlich. Ich weiß nicht, wo der hinfährt, aber ich fahr' ihm mal hinterher. Was hat der denn da gemacht? Oh. Fuck. Alter, da kommt er auf einmal raus. Kontakt für Verdächtigung verloren. Setzer in letzter Position raus. Komm. Kontakt für Verdächtigung. Code 3,4. Entzündung. Die scheiß Bullen gegen mich auf. Indem wir jetzt schon wieder die 38.000 Speed Points wegnehmen. Dann klatscht's. Gibt Gas, Mann. Ich zieh' einfach Turbo. Oh, noch schockwillig rauskommen. Der ist so schnell, Alter. Den Wagen hab' ich auch schon. Der geht so ab wie Kacke. Kein Spaß, Mann. Da geht's lang. Nein. Fuck, ich verliere's. Das ist so bitter. Das war richtig bitter. Ach, Kacke, Mann. Egal. Alter, was will der Typ? Komm hier runter. Jawoll. Ich wollte zu der Tankstelle, nämlich. Muss mich mal dringend reparieren. Dieser Drift. Oh. Ihr seht's hier. Oh, in der Mitte. Mal 4. Wenn man jetzt länger draußen ist, gegen Bullen und so, kriegt man irgendwie Punkte. Und dann sammelt sich das an. Und jetzt hab' ich schon mal 4. Also alle Punkte bekomm' ich jetzt mal 4 noch. Es geht bis mal 10 und dann kannst du richtig Punkte abcashen, ey. Das bockt dann richtig. Los, da ist ein Unterschlupf. Los, 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 rein mit dir. Jawoll. Habe ich die paar Points gesaved. So muss es sein. So finde ich das gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, Leute. Ich habe eine Idee. Ihr sagt's jetzt. Ihr schreibt's in die Kommentare, mit welchem Wagen ich als nächstes fahren soll. Ich zeig's euch hier kürz. Also Porsche Cayman, Ford Mustang, Dodge Challenger, S-Martin, BMW M3, Mustang, Corvette Stingray, alter, richtig geiler Mercedes ist das. SLS AMG, Porsche 911 GT3, R8, 458er Spyder Ferrari, richtig geil. Lamborghini Galado, McLaren 12C, Spyder, der haut Augen. Ford GT ist jetzt nicht so ein geiler Wagen. Den hasse ich. Mit dem sind wir gerade gefahren. Dann gibt's hier noch den Porsche 918 Spyder. Ferrari F12. Lamborghini Aventador. Lamborghini Veneno. Und die hier habe ich noch nicht. Außerdem noch. Also schreibt's ihr in die Kommentare, mit welchem Wagen ich als in der nächsten Serie fahren soll. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für das, die Serie mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.